hi meine hi also ich bin neu auf youtube und ich will mich heute kennenlernen also ja ich heiße adelia bin acht jahre alt und ich mach tokaboka und roblox videos und ja mein kanal heißt adelia tokar tokaroblox und meine lieblingsfarbe ist rot und schwarz und mein lieblings tier ist leoparden katze und ja also ja wir wir können auch ein bisschen und wir spielen jetzt auch ein bisschen ich kann ihr noch etwas sagen also ihr könnt in den kommentaren schreiben ja ob ihr ob ihr das video mögt und alles und ihr könnt es liken gebt einen daumen nach oben und im 1 2 3 4 abonniert ja mein kanal und ja ihr könnt auch in den kommentaren schreiben dass ich grüßen kann und ja und ich kann ich mache videos so wann ich zeit habe und ja und ja ich bin gerade leise ja und ihr könnt in den kommentaren schreiben was ich unbedingt spielen kann muss oder kann und ja ich spiele gerade das spiel ich bin neu auf youtube habe einen kanal ja habe ich schon gesagt wie er heißt oder und ja ähm tschau und dann sehen wir bis zum anderen video und ja hier machen wir weiter tschau ja dann sehen wir bis zum anderen bis zum harm